ARD Text im Auftrag von Funk 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 So oder hier Kupfer muss auch nur zweimal drauf hauen. Ne dreimal, ne ja doch dreimal. Das ist abgebaut. So äh 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 äh. Ja schon viel angenehmer. So holst du Stein schon schneller raus. Muss man die irgendwo machen oder kann man die im Inventar machen? Ne Workbench, äh Bench, in der Werkbank. Was für ne Bench? Werkbank? Workbench heißt sie. Hab schon noch gar nicht gelernt. Ja. So Holz, was ist das? Clay? Ja. 5 Clay. Oh im Bett, siehs im Bett ist ne gute Idee. Hab ich noch keins. Ja. Ich muss hier anbauen irgendwie. Ich hab Wood gemacht. Ich hab Holz. Ne ne, ich mein im Inventar jetzt mein ich. Ich hab Holz. Wo ist denn dieses scheiß Bett verdammt? Da. Ja. Thatch fehlt mir. Hab ich oben drin aber. Ah, jetzt brauche ich die Cooper in den Weg. Ja. Deswegen. Ich hab zwei über euch. Kannst du auch herstellen, ich hab ja Kohle und so. Du baust keine Kohle, es geht ja mit Holz. Ja, ok. Trotzdem Kohle. Rett bestimmt. Hä? Wollen wir jetzt hier mehr machen? Das soll mal einer verstehen. Egal, gut, ok. Ich hab schon geguckt, ob man ne bessere Flasche machen kann, aber das geht leider nicht. So, dann probieren wir mal Holz zu holen mit der, mit der anderen Achse. Mal gucken, wie viel man da rauskriegt. Ok, ich muss hier noch Treppen hinbauen, das ist scheiße, so. Äh, Treppen, Treppen, Treppen. Vier. Haben wir noch Wände? Ja. Also, diese, diese Dinos kannst du nicht in die, ähm, nicht in Kisten packen. Ok. Aber du kannst die irgendwo aufstellen. Echt? Oder? Kann man bestimmt. Okay, man kann das, man, man pullt das, weil man das nicht in die, äh, in die Werkbank reinpacken kann. Deswegen pullt man das. Ähm, wir machen nicht das am dummsten. Ok, das geht wirklich viel besser. Ja? Ja. Ja. Ich hab ja die Steindinger gemacht. Oh. Nehm ich, ich leg einfach alles, ach ne, ich brauch ja gar nichts ablegen. Ähm, wenn ich sterbe, ist ja egal. Ich baue mich jetzt einfach mal komplett nach unten. Äh, ja. Ach, da kann ich ja auch nicht wirklich nach oben bauen. Moment, das ist doch ätzend. Warum die Kurve vielleicht? Ich hör schon was. Wie, du hörst schon was? Ja, ich hör schon so, naja, Ölensound. Iron, ich hab Iron. Cool. Wo? Ja, ich bin schon ziemlich weit unten. Uh. Als nächstes ist doch Metall dran, oder? Das war's. Ja, sicher ist was anderes, aber egal. Diamant gefunden. Diamant? Ja, aber ich kann's nicht kaputt machen. Dann brauchst du wahrscheinlich dann das nächste dazu. Brauchst du Metall? Äh. Ähm, Iron, pass auf, ich komm mal zu dir, wo bist'n du? Ja, ich bin, ich hab mich nach unten gebaut. Hier? Bei uns, ja? Da, wo die langen Gänge sind? Nee, ich hab einfach nur einen Stein nach unten. Oh, Gold. Kann ich auch nicht abbauen. Wo bist'n du? Ja, unter der Erde. Okay. Aber Gold kann ich auch nicht abbauen. Ja, brauchst du nur Metall-Axt, überhaupt noch. Aber Iron kannst du abbauen? Nein, äh, doch, ja, das kann ich. Okay, das wär nämlich gut zu haben. Oh, warte, hier ist was Grünes. Kann ich auch nicht abbauen. Okay. Ich bin, ich bin, ich bin. Grün, Smaragd, könnte es, könnte es vielleicht sein. Könnte sein, ja. Also, bei mir kommt es nur noch, ja, okay. Ich hab jetzt hier, hast du auch sowas Blaues? Was Blaues? Was Blaues? Ich hab jetzt hier Blaues Zeug. Das könnte Diamant sein. Ich bin wieder oben. So, aber wo bin ich? Oh, na guck, wo ich wieder bin. Ich bin wieder bei der Base. Ich hab Angst, dass ich irgendwann nach unten durchfall. Ähm, Iron habe ich 18 Stück. Oh, na ja, immerhin. So, das ist eigentlich Sinn, sich nochmal unterzubauen. Also, dieser ist vielleicht eine K Schiff. Berlin geht, mich um Schiff, der Mus Blumen. Berlin geht, die K disser corporiert, Sie haben alles讀. Also, ich bin, ich bin, es해도 weiß nicht mehr Illusto Creed. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin mir, ich bin blind Tod. Also, ich bin dabei. So, ich bin mir, wir oben. hier bin ich auch wieder auf was gestoßen was ich nicht abbauen kann doch kann ich abbauen so vorhab ich müssen wir zusammen unterwegs gehen müssen doch bei unserer mine einfach nach unten einfach mit mine meinst du da wo du das ganze stein im angebot abgebaut haben ich baue mich wieder nach oben da können wir zusammen das du kannst es untersuchen du kannst genauso untersuchen wie die dinos mit der rechten maustaste dann sagt es dir was es ist ach ja stimmt ja ich wieder so fuhr okay ich habe die höhle geflüttet ja wo du kannst wenigstens hochschwimmen ja es ist wahrscheinlich da drin alles voll mit wasser dann müsste es ja wieder gehen ich bin an der base ich mache mich mal leer für was mir nur so viel gewicht aber ja ich mache es auch mal so dass das dass die könnte da hier drauf bringt eigentlich nichts oder egal ihr könnt da rein mein bett muss noch hin geht doch so okay okay